Magst du mal auf die Bremse drehen? Achso, da passiert nichts. Ja, genau. Aber normal mit Blinker. Ne, Bremse passiert nichts. Ich fahre den Blinker aus. Bremse, genau. Mal blinken. Ja, das wäre toll. Ja, einmal ohne und einmal mit. Ohne? Ja. Ah, perfekt. Super. Ja, der TÜV wird begeistert sein.